Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Angezockt. Wir wollen heute Jigsaw Puzzle Fiber spielen. Also Jigsaw klingt nicht, heißt nicht der von Sorso, aber ich kann auch kein Englisch, kann auch sein, dass ich es ja komplett falsch ausspreche. Einfach, nicht so einfach, mach mal einfach. Aha, okay. Einfach, nicht so einfach, mach mal einfach mal einfach, mach mal Bewegen. Bewegen. Ich kann es ja gar nicht bewegen. Ah, das wäre richtig, okay. Ich kann es ja gar nicht bewegen. Ich kann es ja gar nicht bewegen. Ich nehme mal auf, ich kann jetzt nicht. Was? Wurzeln? Okay. Das klingt gut. Ich kann es ja gar nicht bewegen. 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 ich habe gerade in die falsche richtung gedacht ich habe gerade in die falsche richtung 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 sehr gut sogar kurz mal wegen trophäen gucken also das ist nicht einfach so ein kinderleichte ding wir hatten ja schon mal so ein puzzlespiel gemacht jedes 108 teilige puzzle also das ist nichts für schnell mal platin aber es scheint wohl auch einfach zu zählen ich würde sagen machen wir noch ein puzzle im bild wäre nicht schlecht dass man das hier so mal sehen kann jetzt lasse ich mal an kleine und oben eine große so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ne, das ist falsch. 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 Oh, wieder sehr gut. Sampai den hier noch alles. Achso, die sind abgeschlossen, die kann ich noch nicht machen. Das sind ja noch, scheiße, wie viel sind denn hier drinnen? Hat man dafür Platin noch ordentlich was zu tun, weil, man muss alle machen. Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, scheiße. Müsste zeig aus Versehen. Auf die Seite. Ach, scheiße. Ach, das war jetzt aber... Ach, scheiße. 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 Ach, scheiße.